Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von QSO4U TV. Heute haben wir die Software G-Data Internet Security 2013 im kleinen kurzen Test. Ich betone nochmal oder wir betonen jedes Mal bei kommerzieller Software, wie es in diesem Fall hier ist, dass wir weder vom Hersteller dafür bezahlt werden, dass wir das Produkt möglichst positiv in unseren Tests oder in unseren Previews aussehen lassen, noch dass wir unsere Zuschauer dazu lenken, das Produkt zu kaufen. Wir verfolgen kein kommerzielles Interesse, dass wir sagen, wir müssen hier unbedingt Leute dazu bringen, es zu kaufen. Wir stellen lediglich unsere persönliche Meinung dar und unseren persönlichen Eindruck zu diesem Produkt und möchten einfach mal zeigen, was kann G-Data, was andere vielleicht nicht können oder was kann es besser und auch in diesem Zusammenhang der Test von Stiftung Warentest. Stiftung Warentest sagt dieses Jahr, dass G-Data mit einem anderen Virenschutzhersteller Avira den besten Schutz liefert und G-Data sogar noch ein bisschen besser ist als Avira. Allerdings macht Avira in manchen Sachen, in Sachen Performance und so weiter eine bessere Figur als G-Data. Ja, was für ein Produkt stellen wir hier vor, wir sind auf der G-Data Internetseite. Wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Wir haben einmal die Total Protection 2013, die Internet Security, das ganz normale G-Data Antivirus 2013, Mobile Security und den G-Data Bank Guard oder den G-Data IS für Home Server. Ja, wir stellen die Internet Security erstmal hier vor in diesem Video. Allerdings ist es so, bei der Internet Security ist auch immer ein G-Data Mobile Security Paket dabei als Virenschutz für das Android Betriebssystem. Und was noch dazu kommt, wir verlosen zusätzlich zu diesem Tutorial in einem extra Video, das demnächst noch auf unseren Kanal hochkommt, vier G-Data Internet Security Lizenzen für ein Jahr gratis Updates und ich denke mal, das ist dann schon mal ein guter Einstieg. Wir haben gedacht, wir wollen euch mal was Gutes tun, weil ihr unsere Videos anguckt und wollen euch aber auch gleichzeitig zeigen, dass wir das Produkt selber gut finden und dass wir es deswegen euch auch anbieten wollen, dass ihr das praktisch gewinnen könnt. Und wir gucken uns das Ganze mal kurz an auf der Seite. Ich werde es nachher dann nochmal installieren. Da werde ich noch ein bisschen auf die Software eingehen. Wir sehen hier, der Preis ist auch recht moderat. Das ist auch so ein Grund, warum ich sage, Mensch, G-Data gefällt mir da am besten mit. Also die sind eigentlich auch recht günstig vom Preis her, was aber nichts Schlechtes sein muss. Das nächste ist auch, dass G-Data in Deutschland den Firmensitz hat. Das erleichtert solche Sachen wie zum Beispiel Support-Anfragen und so weiter ungemein. Den Support musste ich auch schon mal beanspruchen. Da hatte ich meine Daten vergessen. Die waren sehr freundlich. Die haben mir gleich geholfen. Das waren so die Gründe, wo ich sage, Mensch, das ist schon mal, zeigt sich dann recht positiv. Wir haben G-Data jetzt bei uns im Admin-Team ungefähr, sagen wir mal so, kommt natürlich darauf an, wie lang die Leute dabei sind. Also ich habe das mittlerweile jetzt schon das vierte Jahr im Einsatz, erfolgreich im Einsatz, bis jetzt virenfrei. Und wie es bei den anderen aussieht, das weiß ich jetzt leider nicht. Aber ich weiß so viel, Nico hat es auch schon ziemlich lange im Einsatz. Wir haben uns dann irgendwann mal so auf G-Data eingeschossen und bis jetzt laufen die Systeme und von den Testergebnissen her ist es doch recht positiv. Gut, wir machen jetzt hier mal weiter. Wir gucken uns die ganze Sache mal an. Was sagt G-Data eigentlich dazu von den Systemvoraussetzungen? Es ist kein großartiger Ressourcenfresser. Also es wird eigentlich Microsoft Windows 7 bis Windows XP abwärts kompatibel, dann 500 MB RAM, 512 MB RAM ist es bei Windows XP, 1 GB jeweils bei Windows Vista und Windows 7. Beide, also es gibt für 32-Bit und für 64-Bit G-Data-Versionen oder insgesamt. Das sind so die Sachen zu den Systemvoraussetzungen. Also ich muss ehrlich sagen, G-Data 2008, das war für mich so ein bisschen die Krücke unter den G-Data-Versionen. Die hatten dann schon sehr viel Leistung geraubt und waren sehr leistungshungrig. Allerdings hat sich das Ganze dann ab 2009 mit der Version 2009 ziemlich gegeben. War ich sehr positiv überrascht und mittlerweile kann ich eigentlich sagen, ich merke kaum noch was, dass der G-Data im Hintergrund läuft. Was natürlich auch damit zusammenhängen könnte, dass auch die Rechner immer leistungsstärker werden und dadurch merkt man das auch weniger. Klar, Sicherheit und Erkennung ist ja bei G-Data sehr großgeschrieben, also die erkennen sehr viel Viren. Das braucht natürlich alles Leistung. Also wenn man jetzt sagen würde, G-Data braucht keine Leistung. Das wäre auch gelogen. G-Data braucht Leistung. Die arbeiten mit zwei Viren-Datenbanken im Hintergrund und das alles braucht natürlich auch Leistung, ganz klar. Aber wenn man einen halbwegs schnellen Rechner hat, wird man davon nichts merken. Abraten würde ich natürlich Leuten, die jetzt gerade so, es geht hier um Mindestvoraussetzungen. Wer jetzt einen Rechner hat mit einem Gigabyte RAM und da würde ich dann sagen, ist vielleicht doch ein bisschen kritisch. Da würde ich abraten von. Allerdings glaube ich nicht, dass solche Rechner noch hier groß im Einsatz sind. Und also ich denke mal bei unserer Community weniger, weil wir doch recht viele Gamer ansprechen. Die haben dann doch relativ leistungsstarke PC-Systeme. Deswegen denke ich mal, darüber brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen. So. Wir gucken uns das Ganze mal von der Funktionsweise hier an. Also es gibt nach wie vor jetzt auch einen, wir fangen mal oben an, maximaler Virenschutz von zwei Virenscanner. Ich habe erwähnt, wir haben zwei Datenbanken, die im Hintergrund scannen. Stündliche Viren-Updates, das kann man natürlich auch einschalten oder einstellen und abstellen. Ich habe das mal gelassen. Also gerade, wer eine DSL-Flatrate hat und bei einem stationären Rechner, dann ist das kein Thema. Dann kann man das immer laufen lassen. Ich sage mal so, wenn man ein Notebook hat und vielleicht dann unterwegs ist über UMTS, möchte man nicht, dass der ganze Traffic durchgejodelt wird für irgendwelche Viren-Updates. Da muss man sich natürlich dann was einfallen lassen. Das kann man aber alles einstellen und vielleicht dann sagen, einmal pro Tag reicht oder ich bestimme selbst, wann ich update. Das sind so Sachen, die kann man sich ja dann überlegen. Sicheres Online-Shopping durch Überwachung der Dateien zum Browser oder der Daten zum Browser. Ganz wichtig hier, Stichwort, nicht nur Online-Shopping, sondern auch Online-Banking. Das ist natürlich ganz wichtig, dass man dann auf keine Phishing-Seiten kommt. Das Ganze läuft bei G-Data ja auch Cloud-basiert. Also die Seiten werden in Echtzeit geprüft und ich finde mal, das ist eine ganz schöne Sache. Klar können wir als Datenschützer da auch wieder sagen, Mensch, die wissen dann ganz genau, auf welchen Seiten ich surfe. Aber ich denke mal, G-Data hat da wenig Interesse, anders wie zum Beispiel bei Google oder so, dass sie damit Werbung betreiben wollen. Das ist halt hier nicht der Fall. Da geht es rein darum, um irgendwelche schädlichen Seiten ausfindig zu machen und man unterstützt halt dann dadurch auch das Unternehmen, sag ich mal, dass die dann auch neue Bedrohungen im Internet finden. Letztendlich kommt es einem ja dann selbst zugute, weil die Informationen werden dann in den Virenschutz gepackt und können einen dann auch bei der nächsten Version oder beim nächsten Update vielleicht schützen. Dann gehen wir mal weiter. Integrierter Spam-Schutz, zum Beispiel für Outlook, funktioniert eigentlich recht gut. Wie gesagt, ich habe das jetzt auf unserem Mail-Server einen Virenschutz, äh Virenschutz, Spam-Schutz. Deswegen, ja, habe ich das jetzt nicht so ganz testen können, weil da wurde schon von vornherein ziemlich viel rausgefiltert. Verhaltensüberprüfung, ja, das ist oder diese Heuristik, wie sich das auch noch nennt, ist ein ganz wichtiger Punkt bei Virenscannern, dass die auch, sag ich mal, nicht nur Daten erkennen, die jetzt in dieser Datenbank drin sind als Virus, sondern auch Viren erkennen oder Programme oder irgendwelche Dateien erkennen, die sich komisch verhalten und dann den Nutzer warnen und fragen, Mensch, hast du die Datei wirklich runtergeladen oder möchtest du da wirklich auch das Ding ausführen? Da passt irgendwas nicht, denn es ist halt so, Viren kommen täglich tausend zu tausenden neu ins Netz und da kann man eigentlich sagen, bis die dann wirklich beim Virenschutzhersteller ankommen, das kann echt dauern und so werden dann auch Viren erkannt, die eigentlich nicht in der Datenbank sind. Hier ist natürlich die große Kunst der Stunde bei den Virenschutzherstellern, dass man nicht zu viele Fehlermeldungen bringt, also Fehlmeldungen und auch nicht zu wenig, also dass das ausgeglichen ist und dass man vielleicht dann doch ein Virus frühzeitig erkennt, aber auch nicht den Nutzer nervt, sag ich mal, mit irgendwelchen Sachen, die in Wirklichkeit völlig habenlos sind und sich halt einfach nur ziemlich tief ins System eingraben. Ich habe bis jetzt ehrlich gesagt damit noch keine großen Probleme gehabt, ich habe aber trotzdem von unseren Leuten aus dem Admin-Team Feedback zu dieser Geschichte bekommen, also das ist doch öfters mal vorgekommen, gerade bei unserem Designer, beim Felix, dass einige Sachen erkannt worden sind, gerade so Game-Modes und so weiter, wo dann G-Data gemeckert hat. Gut, man weiß es ja dann, dass da kein Virus drin ist und dass es einfach nur dieses Spiel verändert und dass deswegen halt der Virenscanner anschlägt, aber man kann das Ganze natürlich dann auch relativ schnell wegklicken. Gut, dann geht es natürlich mit der G-Data Cloud Datenbank weiter, also wie ich schon erwähnt habe, das liegt viel auch in der Cloud, also in der Rechnerwolke, auf den Servern, wo das Ganze dann überprüft wird. Eine Firewall ist natürlich auch mit drin und die läuft in der Regel silent, also im Hintergrund. Ich kann das Ganze aber auch umstellen, dass man dann Fragen bekommt, Mensch, möchtest du das denn zulassen, dass dieses Programm sich nach draußen verbindet? Muss man halt für sich selbst entscheiden, wenn man sagt, Mensch, ich traue dem nicht so ganz und ich möchte da wirklich jedes Programm einzeln zulassen oder nicht, dann ist das natürlich auch möglich. Der Datenschredder ist auch mit dabei, wobei ich sagen muss, da gibt es mittlerweile auch kostenlose Software, das könnte man ganz leicht ersetzen, aber warum denn nicht? Wenn man die Software gekauft hat, dann kann man das auch mit benutzen. Hier werden Daten ganz sicher vernichtet, wie viele bestimmt wissen, wenn ich was in Windows Papierkorb schiebe, ist es nicht gleich weg, auch wenn ich den Papierkorb leere, ist es nicht weg, sondern es wird lediglich das Verzeichnis oder der Link, sag ich mal, zu der Datei gelöscht und wird zum Überschreiben freigegeben und dieser Schredder überschreibt halt die Datei so lang, bis er eigentlich nicht mehr wieder herstellbar ist. Ist in gewisser Hinsicht auch eine kleine Gefahr, denn ich lösche die Dateien wirklich komplett runter, aber ist auch ganz gut, dass es das gibt. Es gibt auch jetzt wieder eine Notfall-DVD, das heißt eine Art Antivirus-Boot-CD, die kann ich mir brennen und da sind dann schon auch die Update-Server-Daten drin, also ich habe da wirklich den vollen Funktionsumfang über eine Boot-CD, die ich dann in den Rechner einlege und mit dem ich den Rechner hochfahre. Das Ganze basiert natürlich auf einem Linux-Betriebssystem und damit kann ich dann Viren vernichten, die ich wahrscheinlich oder vielleicht unter dem Windows selbst nicht vom Rechner mehr runtergekriegt habe, weil der Virenscanner schon ziemlich demoliert war, sag ich mal. Das ist mit dieser Boot-CD ohne weiteres möglich, da kann ich dann zum Beispiel auch USB-Sticks bereinigen. Dann 24-Stunden-Service-Hotline, ist klar, habe ich ja schon erwähnt, der Support hat für mich ausgereicht, war ganz gut. Dann haben wir diese Aktualitäts-Garantie, dass man immer die aktuelle Programmversion einsetzt, also man kauft sich eigentlich nicht das Programm selber, sondern eine Update-Lizenz für so und so viele Jahre oder Monate und kann dann immer auf die neueste Version upgraden. Kindersicherung ist auch mit drin und soll eigentlich dann die Kids auch zuverlässig schützen. Das Ganze ist jetzt von mir nicht so getestet worden, muss ich offen ehrlich zugeben. In der Regel, ich habe das schon mal ausprobiert zu einem anderen Video, wie man diesen Schutz umgehen kann. Also ich habe jetzt mit diesen, sag ich mal ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Also ich fand das dann doch relativ sicher. Ist allerdings schon ein Weilchen her. Gut, dann würde ich sagen, wir laden uns mal die ganze Geschichte runter. In dem Video reicht eigentlich die Testversion, die erreicht man hier gdada.de, Downloads. Für euch gibt es natürlich die Möglichkeit, ihr könnt es kaufen, wenn ihr wollt. Ihr könnt es aber auch bei uns dann gewinnen in dem nächsten Video, dann so geht da da Internet Security 2013 zu dem Gewinnspiel. Ihr könnt aber auch einfach erstmal nur die Testversion runterladen. Das werde ich jetzt hier mal machen. Die Internet Security ist 354 Megabyte groß. Das geht eigentlich noch. Das Ganze werde ich jetzt schnell mal runter saugen und dann sehen wir uns gleich wieder bei der Installation und dann gucken wir uns das ganze Programm mal im Detail an. So, wir kommen nun zur Installation von gdada Internet Security 2013. Das Ganze sollte relativ schmerzfrei ablaufen. Wir gucken mal, also es wird erstmal extrahiert. Das kennt man auch von den alten Versionen. Ist nichts Neues. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze so installieren geht. Wie gesagt, wir haben jetzt die Testversion runtergeladen und die kann man eigentlich soweit ungeschränkt nutzen, die 30 Tage. Danach kann man sie entweder wieder vom Rechner entfernen oder man kann die Lizenz verlängern oder halt auch eine meinetwegen die gewonnene gdada Lizenz von uns einsetzen und damit dann auch verlängern. So, gucken wir mal, wie lange das dauert, bis das Ganze installiert ist. So, Setup MSI. Das Ganze wird dekomprimiert. Und wir können das Ganze ja mal stoppen, wie lange es dann tatsächlich braucht. Im Moment haben wir jetzt schon ungefähr eine Minute gebraucht. Das Ganze ist jetzt mal durch installiert. Ganz wichtig natürlich davor den Virenscanner, den alten Virenscanner vom System runternehmen. Hier kann man jetzt zum Beispiel sagen, ob ich die Informationen, die gdada mit dieser Heuristik sammelt, auch an den gdada Server weiter schicken möchte. Was halt hier auch wichtig ist, die müssen sich hier an deutsche Datenschutzbestimmungen halten. Deswegen halte ich das für eigentlich sehr sinnvoll, das zu tun. Denn ich denke mal, dass sie die Daten dann doch in guten Händen, wie wenn man das jetzt über einen anderen Virenschutzhersteller macht, der vielleicht im Ausland seinen Sitz hat. Gerade Amerika sind die Datenschutzbestimmungen ja etwas lockerer als in Deutschland. Deswegen denke ich mal, es ist eine ganz gute Sache. So, ich habe jetzt mal alle Sachen hinzugenommen. Wir installieren jetzt die komplette gdada Internet Security 2013. Wir machen ein stündliches Virenupdate. So, das sind wir auch schon. Ich habe jetzt mal einen kurzen Schnitt gemacht. Also wir haben jetzt für die ganze Prozedur mit erklären, mit Kommentar von mir haben wir jetzt ungefähr vier Minuten gebraucht. Das ist schon mal ein ganz guter Wert. Jetzt ist der Rechner eigentlich schon so gut wie fertig. Jetzt werden wir noch schnell Update Daten angeben. Und so. Ich hoffe, die nimmt das so an. Gut. Anmelden. Jetzt holt er sich praktisch einen Update Account vom Server, wo die ganzen Virensignaturen liegen. Okay. Ist erfolgreich angemeldet. Sieht schon mal gut aus. Und jetzt starten wir den ganzen PC mal neu. Da mache ich jetzt auch mal einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Unser Rechner ist jetzt wieder da. Und vielleicht noch was kurz zur Leistung unserer Testmaschine hier. Wir haben hier einen 2 GB Arbeitsspeicherrechner mit Windows 7 64 Bit und einen Dual Core Prozessor mit 3,2 Gigahertz. Das ist so ungefähr der Durchschnittsrechner, sag ich mal. Und da kann man das dann ganz gut anmachen. Abchecken, sag ich mal, wie schnell oder nicht schnell die ganze Geschichte da läuft. Gut. Wir machen jetzt schnell mal ein Viren-Update. Also Virensignatur-Update. Das Ganze geht wie gewohnt auch bei GDADA 2013 über diese Oberfläche hier. Da hat sich jetzt im ersten Moment nicht sehr viel geändert. Schauen wir mal. Das könnte jetzt im ersten Moment ein bisschen dauern, bis das Update durchgelaufen ist. Also ich hoffe es mal nicht, aber es wird so kommen. Gehe ich mal davon aus. Und ja, das wird jetzt mal kurz durchlaufen. Das ist jetzt das erste Update. Dauert natürlich ein bisschen. Wäre es vielleicht ratsam. Wir machen erstmal einen kurzen Cut nochmal und dann schauen wir mal, wenn das Update durchgelaufen ist, was sich da alles so getan hat. Nach dem kurzen Cut sehen wir jetzt auch Update erfolgreich. Wir sehen hier auch gleich die zwei Virendatenbanken. Engine A und Engine B. Plus noch die Whitelist. Es muss ja auch alles ordentlich lizenziert sein. So, jetzt sehen wir die ganze Oberfläche von GDADA Internet Security 2013. Wir haben hier oben einmal den Virenschutz. Hier kann man sagen, welche Wächter aktiv sein sollen. In dem Fall sind es beide Virendatenbanken. Das kann man alles natürlich auch einstellen und regulieren. Empfohlen wird natürlich beides, da der Schutz dann doch etwas höher ist. Ja, Szenario vielleicht, wenn es Sinn macht, eine zu deaktivieren, wenn man weiß, Mensch von einem einen Hersteller, da gibt es im Moment ziemlich viele Meldungen, Fehlmeldungen. Dann kann man die eine Datenbank ja mal temporär deaktivieren. Ansonsten macht das eigentlich wenig Sinn. Gut vielleicht noch um Leistung einzusparen. Ansonsten fällt mir da eigentlich keine sinnvolle Anwendung ein, wo ich sage, ich muss jetzt eine Datenbank deaktivieren. Oben haben wir dann nochmal den Leerscan, Leerlaufscan. Das ist eine gute Sache von GDADA. Wenn der Rechner jetzt nicht benutzt wird oder der Bildschirmschoner durchläuft, macht GDADA einen Virenscan und somit wie der Nutzer wieder arbeitet, erkennt das GDADA und fährt die ganze Geschichte wieder runter. Das ist zum Beispiel praktisch, sage ich mal, für Bürorechner, die die ganze Zeit an sind, auch in der Mittagspause zum Beispiel oder auch in Frühstückspausen oder abends. Teilweise werden ja in manchen Büros die Rechner auch über Nacht angelassen. Da ist es dann natürlich ganz praktisch, dass GDADA jetzt den Scan durchführt. Wenn der Nutzer nicht arbeitet, also ich kriege davon de facto eigentlich gar nichts mit. Wir können uns diesen Bildschirmschoner mal ganz kurz angucken. Der ist in das System mit eingebaut, kann man natürlich deaktivieren. Gehen wir mal zurück. Oh Gott. Darstellung. Bildschirmschoner. Hier haben wir es ja. Da ist halt dieser GDADA Screensaver drin und der zeigt dann auch gleich immer an, wenn zum Beispiel dieser Leerlaufscan läuft. Der sah bei der Version 2012 noch ein bisschen anders aus. Jetzt sieht er so aus. Im Prinzip macht er aber nichts anderes als nur anzuzeigen, das GDADA drauf. Diesen Leerlaufscan macht er nämlich auch ohne den Screensaver. Gut. Wir haben das jetzt mal deaktiviert. Kann jeder selbst entscheiden. Ich denke mal, jeder hat einen schöneren Bildschirmschoner drauf. Mittlerweile sind Bildschirmschoner sowieso aus der Mode gekommen. Ganz kurz noch ein Hintergrundwissen dazu. Bildschirmschoner waren früher eigentlich nur dazu da, um bei Röhrenbildschirmen zu verhindern, dass sich Bild einbrennt in diese Röhre. Mittlerweile verwenden die meisten oder fast alle eigentlich jetzt TFT-Monitore, also Flachbildschirmen oder LCD-Displays und dadurch ist es eigentlich nicht mehr gegeben, dass man sowas braucht. Heutzutage ist es eigentlich nur noch Unterhaltung und weniger. Eigentlich hat es keinen technischen Hintergrund mehr, einen Bildschirmschoner einzusetzen. Deswegen ist es eigentlich jetzt erstmal für die Tüte. Gut. Der Web-Schutz, das ist zum einen ein Firefox-Add-on, das integriert ist in den Browser. Auch bei dem Internet Explorer ist es so, hier werden die Webseiten abgecheckt, die man so aufruft. Und wenn man zum Beispiel ein Virus auf einer Internetseite aufruft, dann wird diese sofort geblockt. Wir können mal kurz jetzt in den Web-Browser gucken. Der lädt gerade. So, jetzt ist er da. Und hier wird auch schon dieser GEDADA Bank, Online Banking-Schutz gefragt, ob der installiert werden darf. Wir lassen das Ganze mal zu und werden dann mal versuchen, mit einem Test-Virus das System zu testen. Dazu gehen wir mal auf unsere Standardsuchmaschine, geben dort IK ein und kommen direkt auf die IK-Seite. Da ist dieser Test-Virus zu finden. Ich muss mich jetzt hier auch erstmal orientieren. Genau, hier ist dieses Test-File. Das muss hier irgendwo runterladen gehen. Wir gucken mal. Okay, 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 okay. Da hätte ich mich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten sollen. Wir gucken nochmal. IK. Ach, da oben. Super. Da hätten wir auch gleich hier gucken können. Aber das sind wir jetzt drauf auf der Seite. Genau, die ganze Sache wird dann mal in den Text-Editor kopiert. Speichern wir das Ganze mal ab auf dem Desktop. Test-Virus. Und der Virenscanner schlägt gleich an und sagt hier, wir haben hier einen Virus-Alarm im Notepad. Und wir können das Ganze natürlich jetzt desinfizieren. Hier sieht man gleich mal, wie das dann aussieht. Der Virenscanner schlägt an und ich kann zum Beispiel jetzt sagen, in die Quarantäne verschieben oder ich kann den Zugriff verwehren oder ich kann auch die infizierte Datei löschen. Was natürlich problematisch sein könnte, wenn es jetzt eine wichtige Systemdatei ist oder ein Text-Word-Dokument oder irgendwas, sollte man dann erstmal nachgucken, was ist denn das eigentlich hier unter diesem Pfad und nicht einfach generell gleich draufklicken. Bitte löschen wir das. Und also wir haben gesehen, der Test-Virus funktioniert. Auch wenn ich im ersten Moment nicht wusste, wie es geht. Aber ja, weil früher konnte man diese TXT-Datei direkt runterladen. Jetzt kann man das hier über diesen ASCII-Code machen. Gut, wir gucken mal weiter, was geht da das so alles mitbringt. Wir sehen, der Webschutz funktioniert schon mal soweit so gut. Dann haben wir zum Beispiel eine E-Mail-Überprüfung. Da kann man natürlich auch einstellen, ob E-Mails, die rausgehen, geprüft werden sollen. Ist natürlich schön für Unternehmen oder auch wenn man ein bisschen, ja ich sag mal so, es ist eigentlich auch für Privatleute sehr sinnvoll, denn wenn ich eine Bewerbung wegschicke und schicke da gleich ein Virus mit rein, das macht gleich einen super Eindruck. Gerade wenn ich mich in der IT irgendwo bewerben möchte, ist es natürlich nicht gerade so prickeln, wenn die gleich den Configure mitkriegen. Außer man möchte das natürlich, dass man dann gleich was zu tun hat, wenn man übernommen wird. Nee, Spaß beiseite. Auf jeden Fall ist es auch ganz wichtig, dass die ausgehenden E-Mails geprüft werden. Das braucht natürlich, klar braucht das Leistung, ist ganz klar, aber Sicherheit, habe ich ja vorhin schon erwähnt, braucht einfach Leistung und wie gesagt, wir sehen hier ja unser Rechner, der ist eigentlich kaum ausgelastet mit G-Data. Im Moment läuft da ja nicht viel drauf, muss man fairerweise sagen. Hier unten sieht man mal das Ganze. Aber ansonsten schnurrt das Ding eigentlich wie ein Kätzchen. Instant Messaging Inhalte werden auch geprüft. Das geht unter die Kategorie Webschutz, also ICQ, Skype, was es da alles Schönes gibt. Man kann das auch direkt zum Beispiel in den Microsoft Messenger einbinden, der ist aber hier gerade nicht installiert. Dann kann man zum Beispiel auch Web-Inhalte sperren und auf die Whitelist setzen. Also wenn man merkt, hier ist ein Fehler oder wird hier eine Seite von mir wohlmöglich noch als Virus angezeigt. Gut, dann muss man sich dann erstmal überlegen, warum ist es so. Und falls es dann doch eine sichere Seite ist, kann man das dann hier noch mit hinzufügen, mit einer kleinen Beschreibung. Das ist alles möglich. Dann gucken wir uns mal weiter um. Wir haben hier auch die Möglichkeit, den Update-Server einzustellen. Wie gesagt, das ist dann auch wichtig zum Beispiel, wenn ihr von uns die Lizenz bekommt, dann bekommt ihr hier diese Update-Benutzername und ein Passwort und dann könnt ihr dann G-Data kostenlos nutzen für ein Jahr lang. Also wie gesagt, das Gewinnspiel gibt es dann im nächsten Video. Das hier ist jetzt nun mal Erklärung zu G-Data, wie das ganze Programm funktioniert und was es denn alles so kann. Gut, hier kann man dann manuelle Überprüfungen, Virenprüfungen einstellen. Hier kann man dann auch einstellen, was ich empfehlen würde, bei Systemlast die Virenprüfung pausieren. Ist das schon mal eingepflegt? Und dann gibt es die Möglichkeit, man kann hier noch irgendwelche Ausnahmen hinzufügen, irgendwelche Laufwerke, also Policies. Man kann zum Beispiel sagen, Mensch, Scannen wir jetzt dieses, also Excluden nennt man das ja auch, dass man sagt, tu mir dieses Laufwerk bitte nicht scannen oder scannen wir das gerade. Also das ist dann auch ganz praktisch. Hier ist zum Beispiel eingestellt, was alles funktionieren soll. Diese Heuristik, das habe ich ja bereits erklärt, was es ist. Dann Systembereiche, Rootkit und so weiter und so fort. Protokoll wird auch angefertigt. Archive, da muss man halt dann gucken, ob das, wie weit das sinnvoll ist, solche Archive, also ZIP-Archive, 7-ZIP, RAR-Archive. Also ich denke mal, es ist trotzdem relativ sinnvoll, die auch zu überprüfen, außer mal da eine ZIP-Bombe, dann kann das natürlich ganz schön nach hinten losgehen. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. So, dann kann man jetzt hier noch einstellen, das war die Sache mit dem UMTS. Das habe ich vergessen zu sagen. Alle wie viele Stunden die ganze Geschichte geupdatet werden soll. Bei Laptops gerade habe ich ja erwähnt, wenn man über UMTS drin ist, möchte man nicht unbedingt, dass dann ständig runtergesaugt wird, sondern wenn man dann erst wieder stationär daheim oder in der Firma ist, da hat man dann DSL-Zugang oder Glasfaser oder was auch immer, dann möchte man runterladen, weil da ist der Datentraffic in der Regel günstiger als über UMTS. Das kann man natürlich hier alles einstellen und ja, also das kann man hier regulieren. Wir gucken nochmal auf den Webschutz, da waren wir ja gerade. Dann die E-Mail-Routinen, das haben wir uns auch gerade angeguckt. Hier kann man zum Beispiel dann Scan-Jobs einfügen bei dem Antivirus, kann sagen, ich möchte jetzt um die und die Uhrzeit einen Scan von der Platte durchführen lassen oder halt auch von irgendeinem Netzwerk, von irgendeiner Netzwerk-Festplatte. Das kann man hier einstellen und der Leerlauf-Scan ist standardgemäß installiert, würde ich auch so lassen, denn das erspart zum Beispiel früher bei der alten GEDA-Version, also bei der 2011er zum Beispiel oder 2010er, war es ja so, er hat immer gemeckert, jede Woche, Mensch du musst mal eine Überprüfung machen und dann war hier der Sicherheitsstatus war rot. Und dann musste man das machen, man konnte es zwar auch automatisch einstellen, aber im Hintergrund ist da nie was passiert und hat es nie automatisch gemacht und das finde ich halt schön, dass der Nutzer da wieder aus der Pflicht genommen wird. Das läuft alles im Hintergrund, der Status ist deswegen trotzdem grün und das wird alles einfach so gemacht. Trotzdem könnte man zum Beispiel sagen, Mensch, ich möchte, dass du jetzt trotzdem jedes Mal irgendwie am Sonntag um 9 Uhr oder irgendwas den Rechner durchscanst. Dann macht er das natürlich auch. Gut, dann gehen wir mal runter zu Spam-Filter, Anti-Spam. Das ist natürlich wichtig zum Beispiel für Outlook, da kann man das Ganze einbinden. Hier kann man Blacklist einstellen, Schlüsselwörter für Mail-Text, Betreff, da kann man natürlich alles auch einstellen bei Spam-Verdacht, was er dann da machen soll. Also das geht da richtig ins Detail rein, Spam-Wahrscheinlichkeit und so weiter. Und dann kann es gleich in irgendwelche Ordner einordnen lassen. Also da geht wirklich sehr viel einstellen, ist auch wichtig so. Denn Spam-Filter, die sind meistens nur so gut, wie sie trainiert worden sind vom Nutzer und das ist halt so eine Sache. Spam-Filter müssen trainiert werden und die merken sich dann irgendwelche Regeln und danach wird dann vorgegangen. Und ein Spam-Filter, der einfach nur aktiviert wird, der reicht halt nicht. Das muss dann alles noch trainiert werden. Ganz wichtig, weil immer mehr, also ich sag mal so, Richtwert ist eigentlich so weit über 50 Prozent der E-Mails im Internet ist einfach Werbung. Newsletter, Werbung und so weiter. Und dann muss man der ganzen Sache auch ein bisschen Herr werden. Wir kriegen auch ständig irgendwelche Mails zugeschickt, wo uns irgendwelche dubiosen Firmen irgendwelche Adressen verkaufen wollen, damit wir dann Werbung betreiben können. Oder irgendwelche Viagra-Werbung oder irgend solche Sachen. Und das muss ja nicht unbedingt sein und da kann man dann auch ein bisschen rausfiltern. Das belastet ja natürlich auch die Mail-Server und so weiter. Nun gut, dann gehen wir mal auf die Firewall. Hier ist in der Regel die normale Security oder Sicherheit eingestellt. Da gibt es natürlich dann auch noch die Möglichkeit, im Moment ist der Autopilot drin. Man könnte sagen, bitte benachrichtige mich und frage mich jedes Mal, wenn irgendeine Verbindung aufgebaut wird. Das kann sehr nervig sein, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Spiele habe, die Online-Multiplayer oder irgendwas haben, dann fragt er mich ständig, ja bei dem Server, bei dem Server möchtest du das auch machen. Das gab aber früher so ein nettes Programm, gibt es bestimmt jetzt immer noch, das nennt sich Zone-Alarm-Firewall. Da war das auch so. Die Firewall galt zwar als relativ sicher, weil man wirklich auch jedes Mal gefragt worden ist, aber es nervt halt einfach. Und bis diese ganze Firewall alles trainiert ist, das dauert. Und ich denke mal, der Autopilot ist dann doch das Richtige, außer mal da Spezielles vor. Vielleicht einen kleinen Home-Server oder sowas, dann kann man schon sagen, Mensch, dann macht es manuell. Aber da gehört dann viel Know-How dazu, das dann auch richtig zu konfigurieren. Und ja, muss jeder selbst entscheiden. Wie gesagt, die anderen Punkte wären jetzt nur wahrscheinlich aktiv, wenn ich das Ding auf höchste Sicherheit stelle und dann sage, ich möchte alles manuell machen. Dann kann ich die Firewall so konfigurieren, wie ich das Ganze denn möchte. Ich lasse es aber auf normale Sicherheit, reicht vollkommen aus und gehe jetzt wieder auf OK. So sieht die Internet Security von innen aus. Ich habe hier oben noch die Möglichkeit, entweder das Programm zu aktualisieren oder eine Boot-CD zu erstellen. Das geht auch relativ simpel. Ich gehe hier einfach auf diesen Wizard. Der führt mich dann durch. Ich kann sagen, Viren-Signaturen aktualisieren. Im Moment sind sie aktualisiert. Wir sehen, dass es vielleicht 20 Minuten her ist. Deswegen macht es jetzt erstmal keinen Sinn. In dem Fall ist hier kein CD-Brenner in diesem virtuellen Rechner. Wenn ich aber jetzt auf weitergehe, kann ich auch eine ISO-Datei brennen. Und das reicht mir in der Regel auch, wenn ich das irgendwie von USB-Stick oder so booten möchte. Dann kann ich diese ISO-Datei zum Beispiel auf den Desktop legen. Die kann ich verschicken. Die kann ich zum Beispiel auch auf CD brennen. Und jetzt wird diese Geschichte zusammengestellt. Das geht relativ fix, wie man hier sehen kann. Und das wäre dann zum Beispiel eine, ja, Antiviren-Boot-CD, die man sich erstellt haben sollte, bevor der Rechner infiziert wird oder bevor es Probleme gibt. Und das ist dann wirklich die letzte Hoffnung, sag ich mal, wenn auch das Betriebssystem irgendwie nicht mehr richtig hoch fährt, dass man diesen Plagegeist dann vom Rechner entfernen kann. Das ist wie gesagt ein Linux. Das erklärt sich sehr leicht. Man fährt das Ding einfach von der CD hoch und dann kann man die Viren vernichten, kann die ganze Platte scannen, kann auch USB-Sticks scannen, wie man denn möchte. Ist eine ganz gute Sache. Ich finde es auch gut, dass GData das kostenlos mit reingepackt hat. ... ... ... ... ... Aber da waren wir ja gerade drin. Gut, wie gesagt, mein Fazit auch zu dieser Oberfläche ist, wir wollen das Ganze mal zum Ende bringen. Das war jetzt ein sehr langes Video über GDADA Internet Security 2013. Die Oberfläche gefällt mir sehr gut. Und die ist sehr einfach strukturiert. Also da blickt, denke ich mal, auch ein nicht so geübter PC-Nutzer durch, sage ich mal, um da was einzustellen. Und GDADA macht es einen da sehr leicht. Der Support ist von unserer Seite her, vom Test her, hat er sehr gut abgeschnitten, kann man nicht sagen. Die Erkennung ist sehr gut. Wie gesagt, da muss man halt dann sagen, es kann natürlich auch mal zu Fehlmeldungen kommen. Aber das ist ganz normal. Das haben andere Virenschutzhersteller, haben das gleiche Problem. Stiftung Warentest sagt, von der Erkennung her, ist es im Moment der beste Virenschutz. Allerdings halt auch der wahrscheinlich mit der höchsten Fehlermeldung oder Fehlmeldungsquote ist leider Gottes so. Aber Sicherheit hat seinen Preis. Ressourcentechnisch, auch wenn viele da mal auf GDADA rumhacken, können wir diesmal nichts bemerken, dass es jetzt schlechter geworden ist. Im Gegenteil, es ist besser geworden. Das Ganze ist auch teilweise in die Cloud verlagert. Dadurch bekommt man auch immer möglichst den aktuellen Virenstand oder halt möglichst schnell die Viren zugeschickt, also die Signaturen, um sich möglichst schnell auch zu schützen gegen aktuelle Bedrohungen. Und das ist so im Moment das Fazit. Vom Preis her kann man auch sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut. Kann man nicht meckern. Da sind andere Hersteller lang da weitaus tiefer in die Tasche. Und vor allem dieses Konzept ist halt auch gut, dass man sagt, Mensch, ich verkaufe eine Update-Lizenz und verkaufe keine Software in dem Sinn, sondern eigentlich nur einen Account zum Update-Server. Und dann kann man die ganze Zeit updaten, auch die Programm-Version, bis diese Lizenz abgelaufen ist. Zum Abschluss sage ich noch vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht abonniert unseren Channel, falls ihr das noch nicht getan habt, um einfach aktuell zu bleiben in Sachen neuen Videos und vielleicht auch, um das Gewinnspiel mitzukriegen. Hier kann ich auch unsere Facebook-Seite empfehlen. Darüber bekommt man auch immer aktuelle Informationen zu irgendwelchen Artikeln auf der Seite. Guckt euch vielleicht auch mal den Artikel, der zu dem Video unten in der Beschreibung angehängt ist, mit an. Falls ihr von YouTube zuguckt, müsst ihr natürlich auf den Link klicken. Auf unserer Internetseite ist es direkt unten integriert. Und sagt uns vielleicht auch mal in den Kommentaren, was ihr von G-Data haltet oder ob ihr schon Erfahrungen mit denen gemacht habt oder vielleicht, ob ihr auch vielleicht andere Erfahrungen mit anderen Virenscannern gemacht habt. Wir wollen natürlich, wie schon eingangs erwähnt, niemanden bevorzugen. Deswegen zeigen wir auch in Zukunft andere Virenscanner, die ähnlich funktionieren, sagen unsere Meinung dazu. Wie gesagt, einen endgültigen Schutz gibt es nicht. Im Endeffekt muss man auch den gesunden Menschenverstand einschalten, wenn man im Internet surft. Und dann kann eigentlich fast nichts schief gehen. Aber wie gesagt, auch nur fast. Fast, denn eine hundertprozentige Sicherheit gibt es halt da nicht. Man kann nur das Beste tun und das ist halt dann mit einem Virenschutz. Es muss auch nicht immer kostenpflichtig sein. Es gibt da auch gute kostenlose Virenscanner. Dazu gibt es aber dann weitere Videos. Gut, bis zum nächsten Mal. Euer Steffen Korp von QSO4U TV. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.